Hallo liebe Fans, heute gibt es ja dreifache Grund euch zu freuen. Saisoneröffnung in Flens Arena. SG-Fan-Freitag geht jetzt weiter und das Wichtigste, ihr könnt ja mein Trikot gewinnen. Dafür habe ich ja auch eine Setzfrage gemacht, wie viele Select Herzdosen kann ich aufeinander stapeln, ohne dass das Turm umstürzt. Ich freue mich auf euer Tipp und wir sehen uns ja heute Abend in der Halle.